Die Puritaner Buchreihe mit Ralph Wenning Aus dem Buch In der Schule Gottes Lernen Mit der Überschrift Die Gnade macht den Unterschied Vielfalt unter Christen Teil 1 Erster Punkt Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den geringsten oder niedrigsten Heiligen in Klammer Unmündige und den größten der Menschen, Philosophen und moralische Menschen die bloß Menschen und nicht bekehrt sind Sokrates, Seneca und andere sind große Beispiele wie weit Menschen mit Hilfe des natürlichen Wesens gelangen können und Paulus vor seiner Bekehrung dafür wie weit ein Mensch mit Hilfe des Gesetzes gelangen kann und doch übertrifft und überholt der geringste Heilige in der Schule Christi sie alle denn er ist von Gott gelehrt und obwohl er nur ein Unmündiger ist ist er doch in Christus und obwohl er auch wie ein fleischlich gesinnter Mensch ist ist er doch kein fleischlicher Mensch wie es alle sind die nicht in Jesus Christus sind nein er ist eine neue Kreatur Gold wenn auch als Erz übertrifft den besten Ton und die beste Erde und so übertrifft und übersteigt ein Unmündiger Heiliger der Gold als Erz ist alle anderen Menschen die nur Ton und von der Erde sind nämlich irdisch die Philosophen sagen uns dass die kleinste Fliege mehr Vorzüglichkeit in sich hat als der höchste Himmel denn sie ist ein lebendes Wesen und bewegt sich durch ein innerliches Prinzip des Lebens welches die Himmel nicht haben und der weiseste Mensch Salomo erklärt uns dass ein lebender Hund besser ist als ein toter Löwe das alles sagt uns dass der Wert eines jeden Wesens in seinem Leben liegt und je mehr Leben es hat desto wertvoller ist es nun sind unbekehrte Menschen tot in Sünden in denen sie wandeln wie es der verlorene Sohn war und wie es alle waren und wieder wird von den Heiden gesagt dass sie dem Leben Gottes entfremdet waren doch der geringste der unmündige Heilige ist lebendig gemacht denn er atmet betet wie von Paulus gesagt wurde sobald er von neuem geboren worden war diese Unmündige haben Leben reichlicheres Leben denn sie haben gewissermaßen am himmlischen Wesen und Leben teil vor allem wegen dieser Dinge ist der Gerechte besser als sein Nächster der nicht gerecht ist ich möchte in einer Analogie auf das verweisen was unser Heiland über Johannes gesagt hat dass er der größte von denen war die von einer Frau geboren wurden doch dass der geringste im Reich Gottes größer war als er also kann ich sagen dass der geringste und niedrigste Heilige der von Gott geboren ist größer ist als der größte der nur von einer Frau geboren ist diejenigen die an Jesus glauben besitzen die Ehre berufen und Kinder Gottes zu sein solche die nicht aus Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes geboren sind sondern von Gott zweifellos haben die die absolut höchste Abstammung die von oben oder von Gott geboren sind erzeugte uns nach seinem Willen dass wir die Erstlingsfrüchte oder die vorzüglichsten seiner Geschöpfe seien denn wie ein Mensch größer ist als die ganze Schöpfung Gottes außer den Engeln so sind in ähnlicher Weise die Heiligen die Erstlingsfrüchte von allen Menschen und in gewisser Hinsicht sind sie höher als die Engel denn die Engel sind ihre Diener und Bediensteten sie lernen von der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes und obwohl Christus das Haupt der Engel ist ist er nicht in der Weise ihr Haupt wie er das Haupt der Gemeinde ist die sein Leib ist die Besten der Menschen sind nur Menschen im besten Zustand aber die Gnade macht Menschen zu mehr als sie waren und zu mehr als Menschen Zweiter Punkt so wie es einen großen Unterschied zwischen Heiligen und Menschen gibt gibt es auch Unterschiede zwischen Heiligen und Heiligen sie unterscheiden sich wie die Sterne voneinander in der Herrlichkeit alle Heiligen sind vorzüglich doch sie sind nicht in gleicher Weise vorzüglich sie alle handeln rechtschaffen aber einige übertreffen den Rest beim Leib des Menschen gibt es manche Glieder die weit edler sind als die anderen sie sind die Ersten und lebenswichtig und es gibt die weniger Wichtigeren und Nebensächlicheren tatsächlich sind alle Glieder des Leibes Christi lebenswichtig und nötig doch einige sind dies mehr als andere und übertreffen in ihren Aufgaben und ihrer Geltung weit den Rest wie es das Auge mit dem Ohr und die Hand mit dem Fuß tut und der Apostel sagt uns dass es in einem großen Haus ein solches ist die Kirche Gottes silberne und goldene und auch hölzerne und irdene Gefäße gibt einige zur Ehre und andere zur Unehre womit er nicht einfach den Unterschied zwischen allgemeiner und besonderer Gnade bei Menschen und Gläubigen verweist sondern auf die rechten Glieder des Leibes die weniger ehrenwert genannt werden nun bezweifelt niemand dass silberne und goldene Gefäße verzüglicher und ehrenwerter sind als die irdenen und holzernen es gibt eine die sind hölzerne heilige und irdene heilige im Vergleich mit manchen die silberne und anderen die goldene heilige sind doch ich sage auch dies die größten heiligen übertreffen den geringsten nicht so sehr wie der geringste den höchsten der menschen denn die heiligen unterscheiden sich im vergleich untereinander nur nach dem grad während sich heilige und menschen in ihrer art unterscheiden gold als erz ist gegenüber in höchstem maße verfeiderten und reinem gold nicht so viel geringer als ton und erde geringer gegenüber dem gold erz sind dritter punkt es gibt dinge die haben alle heiligen gemeinsam egal welchen grades sie sind alle von gott geboren alle seine kinder alle von gott gelehrt vom größten bis zum kleinsten einschließlich der kinder an die sich johannes in seiner rede wendet die unmündigen sind genauso in jesus christus wie die väter wenn sie auch nicht so gut in ihm verwurzelt und auferbaut sind ihnen allen sind die sünden gleichermaßen vergeben alle sind begnadet wenn einige auch mehr gnade haben als andere genauso wie alle menschen vernünftig sind wenn auch manche vernünftiger als andere ihnen allen ist die wirklichkeit der gnade gemeinsam obwohl das wachstum in der gnade in gewisser hinsicht bei manchen noch außergewöhnlicher ist sie sind alle brüder im bild gottes erschaffen und nach ihm in gerechtigkeit und wahrhaftiger heiligkeit gestaltet in den augen des unmündigen können sie das bild des vaters erkennen obwohl sie gerade eben geboren sind sind sie neu geboren und neu geschaffen kurzum und zum schluss sie sind alle glieder des leibes der fuß genauso wie die hand das ohr genauso wie das auge obwohl sich die sterne voneinander an herrlichkeit unterscheiden sind sie alle sterne die väter die jungen männer die kinder und die unmündigen haben auch dies gemeinsam dass sie zur familie gottes und zum haushalt des glaubens gehören kinder gottes sind sie sind alle in christi schule wenn auch nicht alle in der gleichen klasse vierter punkt so wie es dinge gibt die allen gemeinsam sind sind manche dinge für jeden stand spezifisch und besonders es gibt dinge die nur für die väter gelten welche man nicht von den jungen männer sagen kann dinge die für die jungen männer gelten die man nicht von den kindern sagen kann dinge die für die kinder gelten die man nicht von den unmündigen sagen kann und es gibt dinge die man von unmündigen sagt die nicht von denen gesagt werden können die noch nicht neu geboren sind obwohl unmündige und fleischliche Menschen noch zu viel gemeinsam haben weil die unmündigen noch nicht völlig geläutert sind sondern wie fleischlich gesinnte Menschen sind und wandeln in den besten heiligen gibt es etwas das man in allen finden kann doch in manchen gibt es etwas das man nicht in allen finden kann der Apostel vorsieht diese drei Klassen mit besonderen Kennzeichen das der Väter ist Weisheit das der jungen Männer Tapferkeit das der Kinder Liebe und Paulus sagt uns dass die unmündigen nur Milch trinken das heißt sie bereuen und glauben alles noch ein wenig schwach nach der sie Petrus zufolge verlangen sollen es ist in der Tat wahr dass das höchste und größte das geringste enthält aber dass das geringere nicht das größere und noch viel weniger das größte enthält so kennt der Vater alle vier Stände denn er ist vom unmündigen zum Kind zu einem jungen Mann und von dort zu einem Vater geworden der junge Mann kennt drei Stände denn er ist vom unmündigen zum Kind und zum jungen Mann geworden das Kind kennt nur zwei Stände da es nicht weiter gegangen ist als vom unmündigen zu einem kleinen Kind dem unmündigen ist im Moment nur ein Stand vertraut und er weiß nicht was es heißt irgendwie so zu sein um den anderen dreien zu entsprechen er weiß nur dies er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen er weiß davon ein Sünder zu sein und darüber hinaus ein Heiliger zu sein wenn auch ein Schwacher fünfter Punkt die Verschiedenheit zwischen den Heiligen liegt nicht in ihren Gaben sondern in den Gnaden erweisen und die Verschiedenheit liegt nicht in der allgemeinen sondern in der besonderen Gnade und nicht nur nebensächlichen und ergänzenden sondern in prinzipiellen und grundlegenden Gnaden erweisen die zu jedem Stand passen eine Person kann reich begabt und doch arm in der Gnade sein wie es die Korinther waren sie hatten keinen Mangel an irgendeiner Gabe sie waren satt sie waren reich sie herrschten als Könige und doch waren sie unmündige und wie fleischlich gesinnte Menschen deshalb zeigt ihnen der Apostel einen vorzüglicheren Weg als Gaben Gnade und besonders die Gnade der Liebe Apollos war ein redegewandter Mann mächtig in den Schriften und unterwiesen im Weg des Herrn er war inbrüstig im Geist lehrte voller Eifer Fleiß und Kühnheit Doch er hatte es nötig dass man ihm den Weg Gottes noch genauer auslegte Die Korinther hatten keinen Mangel an irgendeiner Gabe Doch sie ermangelten und blieben in vielerlei Gnade zurück Das Maß der Verzüglichkeit eines Menschen rührt also nicht daher was für Gaben des Wissens und der Redegewand heit er besitzt sondern durch welche Gnade er handelt Doch wiederum dies muss man nicht an der allgemeinen sondern nach der besonderen und rettenden Gnade messen und nicht am Bekenntnis sondern an der Praxis Es gibt allgemeinen Glauben und den Glauben von Gottes Erwählten Es gab sowohl Törichte als auch weise Jungfrauen Es gibt sowohl scheinbare als auch wahrhaftig religiöse Leute Die Hörer mit dem steinigen Grund stellten sich als fleischlich gesinnte Menschen alles schön zur Schau und die Dornigen brachten Frucht hervor aber nicht bis zur Vollendung sie kannten nicht in Wahrheit die Quelle dieser Sache oder die Gnade Gottes denn das bringt reife Frucht hervor Zweifellos sagt der Apostel waren diejenigen die von uns ausgingen nicht von uns er nennt sie sie im Unterschied zu uns und benutzt in diesem einen Vers fünfmal das Wort uns und siebenmal das Wort sie siehe 1. Johannes 2 Und man kann dies wiederum nicht an nebensächlichen Gnaden erweisen messen die vor allem zum Wohlergehen Trost und zur Erquickung beitragen oder wenn ich das sagen darf an der Neuschöpfung von Christen wie Freude Entzücken und Begeisterung sondern an den Gnaden erweisen die für jeden Stand wesentlich und angemessen sind Weisheit und große Erfahrung gebührt den Vätern Kraft und das bleibende Wort den jungen Männern Liebe den Kindern und Buße den Unmündigen Wie nun eine Person aus ihren wesentlichen und grundlegenden Gnaden erweisen für jeden Stand heraus handelt so ist ihr Stand und wie er von einem zum anderen gelang so ist sein Fortschritt Sechster Punkt So wie man diesen Unterschied an der Gnade misst durch die jemand handelt so entsteht er auch durch die Gnade Gottes die diese Gnadenerweise in uns wirkt und antreibt Die Gnade ist es die den Unterschied macht nicht nur zwischen Heiligen und Sündern sondern zwischen Heiligen und Heiligen Dass sie zwischen verschiedenen Menschen den Unterschied macht indem sie einen nimmt und ihn zu einem Heiligen macht während sie den anderen in seinen Sünden lässt ist klar Und genauso ist klar dass die Gnade und das Wohlgefallen Gottes auch den Unterschied zwischen Heiligen machen sodass der eine mehr Gnade hat und mehr durch sie handelt als ein anderer In der Tat wirkt Gott alle Dinge aufgrund keines Ratschlusses außer dem Ratschluss seines Willens Und wer sollte zu ihm sagen Warum hast du mich so gemacht Sein Wind weht wo und wie er will und so wie er dem Barmherzigkeit erweist bei dem es ihm gefällt so ist es auch in der Weise und wie es ihm gefällt Das erste und das spätere Wachstum sind von Gott Er gibt dem einen fünf Talente dem anderen zwei und einem dritten nur eins und es ist nicht der Mensch sondern das Talent welches den Gewinn einbringt Als der Apostel sagt und nun lebe ich korrigiert er sich selbst mit aber nicht mehr ich selbst sondern Christus lebt in mir was ich aber jetzt lebe das lebe ich im Glauben und wenn er sagt er habe mehr gearbeitet als sie alle scheint er es zurück zu nehmen und sagt jedoch nicht ich sondern die Gnade Gottes die mit mir ist es ist bemerkenswert wie Paulus seine Sprache ändert wenn er davon spricht was er in seinem natürlichen Stand tat und was in dem Stand der Gnade das erstere schreibt er alles sich selbst zu es war dieses und ich tat dieses er war immer sehr tüchtig und im Judentum vieler meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf doch als er bekehrt ist ist er obwohl er mehr als alle seiner Dienstältesten arbeitet nicht überheblich und anmaßend sondern bescheiden und dankbar nicht ich sondern die Gnade Gottes die in mir war ich war zwar von meiner Natur aus fortgeschritten und eifern doch bei diesem Werk und dieser Arbeit habe ich Grund es nicht meiner Natur zuzuschreiben und ihr Dank zuzuzonnen sondern der Gnade so wie es aus Gnade ist dass der eine genommen und der andere gelassen wird so ist es aus Gnade dass der eine gefördert wird und mehr vorankommt als der andere dass Johannes an der Brust Jesu liegt und Paulus so schnell wächst kommt von Gott und der Gnade Gottes dass jemand ein Vater ist und ein anderer der vor ihm in Christus war immer noch ein Unmündiger geschieht durch Gnade man möchte meinen dass weise Menschen am meisten wissen und starke Menschen am meisten tun doch aus Gnade sind unmündige weiser und die schwachen tun mehr durch die Gnade wird so unterschieden dass die Kinder des Reiches nicht hineingelangen sollen aber die Zöllner und Huren sollen es und und im Leib dies ein Auge das ein Ohr dies eine Hand aber das ein Fuß ist dann ist das so weil Gott jedes Glied im Leib so gesetzt hat wie es ihm gefällt darauf dass dieser ein unmündiger und nur ein unmündiger ist und so auch alle anderen ist unsere Reaktion ja Vater denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir dies ist dein Wille und Wohlgefall und so soll es sein